Servus Leute, was geht? TekkenCryptos hier. Ich darf euch zu einem neuen Video begrüßen. Heute geht es um Casper. Wir haben es angekündigt, ursprünglich auf den 28. August. Weil das hatte nämlich tatsächlich auch einen Grund. Das hat etwas mit den Tokenomics zu tun. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gucken uns heute mal genauer die Tokenomics von Casper an. Denn Casper ist momentan ein Projekt, wo ich sehr bullish drauf bin. Das hat zum einen etwas mit dem Preis zu tun, das hat zum anderen etwas mit der Availability zu tun und zum dritten mit dem, was ich euch gleich zeigen werde. Mit dem ich weiß, dass man das Ding auch auf Crypto.com kaufen kann. Das ist umso besser. Warum kam das Video gestern nicht? Ich bin leicht krank geworden im Urlaub. Das will man natürlich eher weniger, das will man vermeiden. Aber ja, passiert halt. Deswegen lassen wir hier das ganz entspannt angehen. Dennoch kommt das Video jetzt. Und ja, falls euch das gefällt, dass wir den Casper Update, das wir dann wieder drüber machen, gerne ein Like geben. Somit supportst du natürlich auch den Kanal. Falls du es nicht schon getan hast, dein Abo da lassen. Letzter Disclaimer, bevor wir jetzt wirklich in das Video reingehen. Telegram. Das ist das letzte Video, wo ich den Telegram offen zur Verfügung habe. Wer unbedingt noch rein möchte, der kann auf die alten Videos drauf gehen. Ansonsten werde ich Telegram nicht mehr pitchen, weil die Gruppe ist nämlich voll. Da müssen nur ungefähr fast 350 Leute drin sein. Das Zielwort erreicht. Deswegen werde ich das dann auch rausnehmen aus der Beschreibung. Hier das allerletzte Video für die Leute, die wirklich noch rein wollen. Okay, aber jetzt geht es wirklich los. Wichtig. Ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient er lediglich als Informationsquelle. Okay, bevor wir uns Tokonomics angucken, gucken wir uns mal ganz kurz an, was ist denn Casper? Ja, die Casper Münze, Casper Network, Ticker CSPR. Wir machen das hier kurz und knapp. Casper Network ist eine Layer 1, Proof of Stake, Blockchain für reale Anwendungen. Und die versuchen natürlich, das Blockchain-Trail immer zu lösen. Und da sind sie tatsächlich auch einer der Besten. Hier haben wir ein recht cooles Bild. Overview, Casper Network, Proof of Stake Blockchain, for Enterprise, Developer Adoption. Also auch auf Unternehmensebene. Auf Yobi, Bitmart, Crypto.com gelistet. Den Total Supply gehen wir auch gleich nochmal ein. Und zwar gucken wir uns jetzt mal ganz kurz Tokonomics an. Ja, Casper auf Rang 148. Das taugt mir auch sehr stark. Denn, ja, wir gehen jetzt nicht auf den Use Case drauf ein, sondern auf die Tokonomics. Aber die Use Case ist auf jeden Fall da. Und tatsächlich, so einen guten Use Case bei einem recht niedrigen Rang zu sehen, finde ich persönlich auch schon mal gut. Ja, auf 131.000 Watchlists. Hier ist schon der erste bullische Faktor. Guckt euch mal den Preis an zu 0,0279 US-Dollar. Warum ich das als absolut bullisch sehe, ja. Und warum ich der festen Überzeugung bin, dass wir sehr, sehr früh bei Casper dabei sind. Ja, das sehen wir hier gleich im Video. Wir sind bei einer Market Cap von 164 Millionen US-Dollar. Im Umlauf sind momentan fast 6 Milliarden Casper Token. Ein Volumen von 10 Millionen. Hat hier tatsächlich auch deutlich mehr Volumen auf Tagessicht gehabt. Das gucken wir uns gleich an, warum, ja. Und wir sehen, es gibt keine maximale Versorgung. Ja, die Gesamtversorgung beläuft sich momentan auf 11 Milliarden. Warum gibt es keine maximale Versorgung? Es ist eine Proof-of-Stake-Blockchain. Es ist eine inflationäre Proof-of-Stake-Blockchain, okay. Genau wie Ethereum. Das sehe ich dennoch nicht fatal. Das sehe ich nicht als Problem an. Warum? Casper ist eine extrem junge Krypto. Wir gehen mal auf den All-Time-Chart, ja. Und wir sehen, seitdem es hier angezeigt wurde, 12.05.2021. Also das Ding ist gerade mal ein Jahr auf dem Markt und ein paar Monate noch drauf, okay. Und dann wurde es natürlich extrem stark abgestraft. Und jetzt sind wir zu so günstigen Preisen wie fast noch nie, okay. Also unter 3 US-Dollar-Cent. Okay, aber warum sehe ich das nicht als problematisch an, dass Casper inflationär ist? Casper, wir sehen, ist eine extrem junge Krypto. Das haben wir schon gesehen. Und man braucht Wachstum, ja. Besonders bei Layer-1-Projekten braucht das eine Weile, bis es überhaupt eine Anwendung findet und bis da alles so funktioniert, wie man es haben möchte. Und in der Zeit brauchen sie Kapital. Sie brauchen Kapital, was sie für neue Projekte benutzen können und, und, und. Und deswegen wäre es für mich sogar ein negativer Punkt, wenn es jetzt nicht inflationär wäre. Derzeit zumindest, okay. Das heißt, hier alles entspannt. Und wie gesagt, der Preis ist extrem günstig. Wir sehen tatsächlich auch, okay, vom All-Time-High von 1,33 Dollar, der war tatsächlich auf manchen Kryptobörsen auch noch teurer, 98 Prozent vom All-Time-High entfernt. Da wir natürlich sehen, okay, rein theoretisch war das jetzt nicht der echte Preis, okay. Also der Preis befand sich hier in der Findungsphase. Das heißt, man könnte eher von normalen Preisen von 12 US-Dollar-Cent reden. Aber dennoch sind wir immer noch günstig. Gut, das hätten wir jetzt abgehakt. Okay, Casper natürlich Proof-of-Stake. Staking-Concepts. Hier habe ich euch das Wichtigste rausgesucht. Ja, Token-Supply und Inflation. Und zwar war es ja folgendermaßen. Das sehen wir hier tatsächlich auch auf der ganz normalen Coin-Market-Cap-Seite. Oder tatsächlich gerade auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir, okay, Gesamtversorgung. 11 Milliarden und 100 Millionen. Okay, ich habe euch das Wichtigste hier rausgesucht, ja. Token-Supply und Inflation. Im Mainnet ist es gelauncht mit 10 Milliarden Casper-Token. Seit dem Beginn des ersten Genesis-Blocks. Also seit dem ersten Block. Ganz, ganz einfach gesagt. Und da es natürlich inflationär ist, wird es mit der Zeit auch immer weiter ansteigen. Und zwar hier in 8 Prozent pro Jahr. Und genau deswegen sind wir gerade bei einer Gesamtversorgung von 11,1 Milliarden Token. Ja, und genau deswegen ist es für mich tatsächlich auch eine langfristige Investition, okay. Es ist keine Krypto, wo ich jetzt investiere und innerhalb von drei Monaten mit einem 3X rausgehen möchte, ja. Casper ist für mich eine langfristige Investition, wo man sich auch beschäftigen sollte damit. Und genau sowas, Tokenomics und natürlich Use-Case-Anwendung immer am Auge behalten sollte. Ich habe für euch auch eine sehr coole Seite rausgesucht. Falls ihr das selber mal ein bisschen durchstübern möchtet, ja. Casper-Sets. Da sehen wir tatsächlich, wie viele Halter es gibt. Wie viele Validatoren. Alles innerhalb von 24-Stunden-Sicht. Wie der genaue zirkulierende Supply ist. Wie der genaue Total Supply ist. Und, und, und. Market Cap Casper-Preis. Dann können wir auch tatsächlich uns angucken, wie ist denn die Verteilung? Wer ist hier ein Wal? Und klar, bei Kryptos gibt es immer Wale. Da sollte man natürlich nicht zu viel Gewicht drauf legen. Ich finde persönlich, das geht vollkommen klar. Hier hat eine Person beispielsweise 10% von Casper-Token, von denen die momentan alle verfügbar sind. Und zwar 1,1 Milliarden. Das sind 32 Millionen US-Dollar. Dann geht es weiter. Dann hat eine weitere Person ebenfalls nochmal eine Milliarde Token. Aber an sich für mich recht überschaubar. Da sehe ich auch keine Red Flag. Das heißt, Inflation hätten wir durchgegangen. Keine Red Flag. Und von den Wahlen her, finde ich, ist es auch sehr überschaubar. Auch kein Problem. Warum ich das extra angekündigt habe. Okay, Token Metrics and Distribution. Und zwar ganz kurz die Token Distribution. Wir wissen ja, es waren 10 Milliarden rausgegeben. Okay, hier könnte man natürlich auch nach Red Flags suchen. Ich habe hier tatsächlich auch mal wieder keine gefunden. Das ist nämlich die Distribution, so wie es rausgegeben wurde. Und da sehen wir natürlich die Verteilung. Casper Labs Holdings 10%. Das Team hat 8% bekommen. Das ist vollkommen legitim. Also da gibt es, ich glaube ich, B&B war es 50%. Solana 42% nach meinem letzten Stand. Deswegen 8% vom Team auch vollkommen entspannt. 6% an die Advisor. Dann gibt es hier ein Coinlist Public Offering zu 16%. Das gucken wir uns gleich genauer an. Und deswegen wollte ich mich auch das Video hier machen. Und ansonsten Non-Profit Casper Association, also Validator Sale und, und, und. Vollkommen solide Verteilung. Keine Red Flag zu finden. Und jetzt sehen wir hier das, was ich zeigen wollte. Token Distribution Glossary. Leider steht das jetzt hier nicht da. Aber wir sind tatsächlich genau gestern. In diesen Punkten müssen wir jetzt sein. Und was sehen wir hier? Sehr viele Token wurden jetzt freigegeben. Und genau das sehen wir hier, ja. Okay, 24 Stunden Volumen, 112% mehr Trading Volumen. Und zwar gehen wir hier nochmal ganz kurz auf die Quick Token Facts ein. Ja, Supply, 10 Milliarden Supply. 8% Inflation, das heißt 80 Millionen Casper Token. Die Token Utility, also was kann der Token, was macht der Token? Er ist natürlich für Staking, Delegation und für Transaktionskosten verbunden, ja. In dem Ecosystem hier. Und zu den Staking Rewards, 80 Millionen Token werden ausgegeben an die Stakeholder und Delegatoren und so weiter. Und deswegen kommt natürlich auch die Inflation zustande, ja. Und hier kommt das, was ich sehr interessant finde. Und zwar die Token Allokation. Warum ich das so interessant finde und warum ich extra deswegen ein Video machen wollte, okay. Wir wissen, wenn am Anfang Token rausgegeben werden, ja, dann werden die erstmal verschlossen. Es gibt eine Locker Period, zumindest sollte das so sein, weil sonst meistens die Investoren schnell einen Profit machen wollen, die Kryptos nehmen und sofort weiterverkaufen und einen Profit draufschlagen, ja. Und wir sehen hier tatsächlich 8% vom Genesis Block Supply. Rund 4% und 4%. Das ergibt zusammen die 16%, von denen wir hier anfangs gesprochen haben. Und die sind jetzt tatsächlich alle frei. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem 12 Dollar Cent, der erstmal wert war. Und jetzt hier, Preis von 0,015 US Dollar Cent. Hier, Lockup for 12 Months Release, 6 Months Post Lockup Release. Das heißt, 23. bis 28. März 2021, 12 Monate. Und dann nochmal 6 Monate drauf, sind wir genau am 26. bzw. am 28. August. Und genau deswegen meint sich, okay, 28. August, hier hat sich was getan bei Casper. Das heißt, diese Option, das war nämlich tatsächlich die längste Lockup Period, ja. Die 800 Millionen Casper Token sind jetzt alle im Umlauf. Ich hoffe, ich kann das hier recht gut rüberbringen. Auf jeden Fall sind die jetzt alle im Urlaub. Auf jeden Fall sind die jetzt alle hier im Umlauf. Und deswegen sehen wir natürlich auch, das Volumen hat sich hier deutlich erhöht. Und das kann man meiner Meinung nach sehr gut in Verbindung bringen, weil wir sehen eben, der Preis ist tatsächlich nur einmal 2, ein nicht mal einmal 2, ja. Und wenn wir hier weitergehen, die zweite Option, okay, die war schon vorher verfügbar, ja. Ja, 6 Monate gelockt, 6 Monate Post-Lockup Release, das heißt, das ist schon durch. Aber tatsächlich wird man es zu einem Preis von 2 US-Dollar-Cent bekommen. Und wenn wir hier mal weiter runtergehen, Option 3, 400 Millionen Token, die anderen 400 Millionen Token, ja, bei Option 3, die nur 40 Tage gelockt wurden und man dann 40 Tage nach diesem 18. Mai 2020, die ohne Probleme traden kann, ja, die waren zu einem Preis von 0,03 US-Dollar zu bekommen, ja. Und wenn wir uns jetzt mal den Preis angucken, und deswegen bin ich super bullisch auf das Projekt, langfristig. Also ich werde tatsächlich nicht davon ausgehen, dass hier auf einmal ja innerhalb des nächsten Monats, innerhalb der nächsten 2 Monate irgendwas abgeht, auf gar keinen Fall. Kann natürlich passieren, aber das ist nicht meine Annahme. Meine Annahme ist sehr schön langfristig, besonders bei so einem unglaublich günstigen Preis, ja, wo Bitcoin tatsächlich auch unter 20.000 US-Dollar ist. Meiner Meinung nach sind das absolut krasse Preise und genau deswegen meinte ich auch, diese Krypto werde ich auf jeden Fall nachkaufen und ich werde mir mit diesem Video diese Krypto jetzt nachlegen. Also wenn ich das Video hier fertig geschnitten habe, dann, und ihr das jetzt hier seht, bis zum Ende, gerne auch Kommentar schreiben, Hashtag bis zum Ende, wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann habe ich diese Krypto zu diesem Preis akkumuliert. Meiner Meinung nach geht es kaum besser, sage ich dir ehrlich. Natürlich kann es noch weiter runtergehen, aber das ist meiner Meinung nach ein absolutes Fundament, was man sich hier bilden kann, ja. Und man kann auch ehrlich sagen, bei Casper ist man sehr, sehr früh dabei. Weil was bringt es dir beispielsweise, wenn du hier dabei bist, aber ein Jahr vorher dabei warst, aber zu deutlich höheren Preisen? Selbst wenn du beim Initial Coin Offering dabei warst, sind wir trotzdem zum Teil sogar noch günstiger. Also die Preise sind vergleichbar und das ist der Grund, warum ich absolut bullisch bin, okay? Ich hoffe, ich konnte hier meine Stimmung rüberbringen. Wir sind immer noch in Dubai, hier wird es tatsächlich immer recht schnell dunkel, aber nichtsdestotrotz kommen natürlich die Videos, denn ich muss mich auf jeden Fall über Casper informieren. Ich möchte hier auch Mehrwert bieten, wenn ich das geschafft habe, natürlich auch gerne ein Like geben, falls du das nicht schon getan hast und ansonsten ein Abo da lassen. Wenn du nichts weiter verpassen möchtest, ja, Casper, auch ein kleinerer Bestandteil von dem Kanal, habe ich auch schon ebenfalls ein Video gemacht, ist in der Endcard verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Freut mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir sehen uns. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.